Ave Maria, Grazie plena. So, liebe Leute, da bin ich völlig lost aus der fucking Wahlnacht. Wie geil ist das denn, was hier geht? Ihr habt es gesehen, eine neue Show, die interaktivste, kreativste, chaotischste Talkshow, will man fast nicht sagen. NostarafoTV Ghost Prankshow, das wird richtig geil. Jetzt jeden Samstag hier im Internet auf Twitch. Link in der Beschreibung, klickt da drauf, folgt da rein, schreibt euch eine Notiz ins Handy. Richtig geil, das wird revolutionär. Ihr könnt live mitbestimmen, was passiert. Der Xtreme Talk. Ein erster Gast ist auch am Start. Leute, die den Stream von mir schauen, wissen Bescheid. Ich bin auch heute wieder Mittwochenende live. Könnt ihr auch nochmal reinschauen, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten Xtreme Talk am Samstag. Guckt da alle rein. Und wenn das dann erstmal rum ist im November, dann kann es auch auf diesem Kanal ein bisschen aktiver werden. Und ich glaube, dazu ist alles gesagt. Ich zeige euch noch ein bisschen mehr davon. Und dann habt ihr Gelegenheit, euch jetzt in eurem Handy eine Erinnerung einzustellen. Samstag, 20 Uhr. Jeden Samstag im November. Macht das. Sonst sind wir alle sehr traurig. Das wird geil. Bitte guckt vorbei. Das wird richtig gut. Auf Wiedersehen. Wollen wir unsere Reichweite nicht mehr irgendwie nutzen, um auf irgendwelche gesellschaftlichen Missstände oder so aufmerksam zu machen? Nee, nee, nee. Lass lieber was kaputt machen. Okay? Hallo. Willst du auch was kaputt machen? Hast du meinen Bobby-Kack gesehen? An dieser Stelle nochmal ein großes Danke an alle Patreon-Supporter. Ganz besonders. Jochen. 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 Danke.